Ivano Camozzi Und das spricht eigentlich für die These, dass da oben schon Steine herausgekommen sind. Und obendrein ist natürlich da unten, wo die Piste mit Eis präpariert ist, wird es mit jedem Läufer etwas rippiger, da kann man dann die Linie nicht mehr so gut halten, da verschlägt es einem etwas Geschirr, man rutscht ganz leicht zeitlich ab, aber das kostet die Zehntel. Marc Girardelli, der mit der Startnummer 3 ins Rennen gegangen ist, der konnte aufholen im unteren Streckenabschnitt, aber das war einer der Letzten. Die Läufer, die mit den höheren Startnummern hier über die Piste gegangen sind, die haben alle verloren im zweiten Streckenabschnitt. Und auch Tonazzi. Ja, das ist schade, aber man kann den Organisatoren hier eigentlich keinen Vorwurf machen. Sie haben erst vor wenigen Tagen erfahren, dass sie hier das Rennen übernehmen sollen, dass sie hier eingesprungen sind. Und jetzt bin ich gespannt. Günter Marder. Eigentlich Slalom-Spezialist auch. Vielleicht hat er Glück gehabt oben und hat keinen Stein erwischt. 1.8.34, 6. Rang für Günter Marder. Damit rutscht Maikus Wasmeier im Moment auf Rang 8. In Führung weiter Alberto Tomba vor Hubert Strolz und Firmin Zurbrücken. Maikus Wasmeier als bester Deutscher auf Rang 8. Sankt Börnsl im Moment auf Rang 14. Sankt Börnsl im Moment auf Rang 8. Sankt Börnsl im Moment auf Rang 8. Ohlala. Auch da hat Hans N. Schwierigkeiten, die Linie zu halten. Das wird ihn weiter zurückwerfen. Solche Fehler kosten einige Zehntel, einige Sekunden. Kann er unten kaum abbremsen. Sankt Börnsl im Moment auf Rang 8. 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 Hier die 3 und 4 Tausender, die hier um Saars-Fee herum alle sich hoch aufrecken. Hier ist er auf das Sommertrainingslager der Schweizer in Saars-Fee. Dann hat hier oben auch ein Gletscherskigebiet. Sundquist, Jürgen Sundquist der Schwede auf der Piste. Das war's. Der nächste Läufer Der nächste Läufer des deutschen Skiverbandes kommt mit Start Nummer 30, Peter Roth, aber vorher noch Thomas Zitschmann aus Jugoslawien. Die Jugoslawien modetechnisch gesehen mit einem sehr ausgefallenen Rennanzug. Da braucht man schon eine Sonnenbrille, wenn man die interviewt im Ziel. Aber Sie sehen es, auch bei dem Jugoslawien, im unteren Streckenabschnitt, da verlieren alle Läufer jetzt. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Schneeauflage sehr, sehr dünn ist, sowohl oben, wo da Steine herauskommen können, als auch unten, wo die eisige Piste halt ganz, ganz rippig wird. Und wo man einfach die Linie, die optimale Linie, nicht so halten kann, wie es sich die meisten Läufer sich erwünscht. Dino Hinterseer Super Riesenslalom Spezialist der Österreicher Aber auch er wird es ganz schwer haben, nach vorne zu kommen und vor allem nach Calgary zu kommen, denn die Leistungsdichte, gerade bei den Technikern in Österreich, ist ungeheuer stark und mit dieser Leistung sicher überhaupt nicht. Die Schulkinder hier in Saas Fee haben heute schulfrei bekommen, sind alle hier herausgekommen, sie haben auch schon einen Spruch kreiert und hier vor dem Rennen immer wieder lauthals getönt. Pirmin im Final, Tomba im Spital, den Kindern ist noch nachzusehen, würde ich sagen, auch wenn es vielleicht nicht ganz fair ist, aber Sie haben es ja gesehen, Alberto Tomba wird auch hier in der Schweiz gefeiert. Der überragende Slalomläufer vor drei Jahren, der andeutet, dass er wieder besser in Form kommt, aber heute im Riesenslalom, da klappt es bei ihm nicht. Der erste Franzose, Christian Gede, die Franzose ja in diesem Winter mit einem neu erstarkten Team. Nach jahrelanger Tal, Solé, geht es langsam aufwärts, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Aber Christian Gede, das sehen Sie hier schon, gelingt hier kein optimaler Lauf. Aber für die schwierigen Verhältnisse im Moment durch noch eine ansprechende Leistung. Und das wird auch sicher den nächsten Beflügel, Nive Tavernier, ein weiterer Franzose, der im Riesenslalom sogar noch stärker einzuschätzen ist als Gede. Aber ich sehe, der ist ausgestiegen, denn auf der Anzeigetafel erscheint bereits Peter Roth aus Deutschland, der nächste Läufer. Das ist im Moment die Rangliste. Tomba führt mit fast einer Sekunde Vorsprung und der Sieg dürfte ihm kaum zu nehmen sein. Es ist unglaublich, was der Italiener im Moment hier im alpinen Skizirkus aufführt. Er demoralisiert seine Gegner ein zum andere Mal. Maikus Wasmeier auf Rang 8, im Moment der beste Deutsche. Aber das ist durchaus eine gute Ausgangsposition für den zweiten Durchgang. Da kann er sich, wenn er gut fährt, noch ein paar Plätze nach vorne schieben. Frank Wörndl im Moment, 16er und Peter Roth. Ihm würde man etwas mehr Temperament wünschen. Denn er ist ein ausgezeichneter Skiläufer, ein super Athlet. 18. Platz bei der Zwischenzeit. Damit ist er im Bereich von Frank Wörndl. Es wäre ihm zum Wünschen, dass er da unten auch noch gut durchkommt. Aber Sie sehen das, liebe Zuschauer, vielleicht. Da sind diese kleinen Bodenwellen, diese kleinen Rippen. Da kann man den Ski nicht am Boden halten, so wie hier. Ein Schnitzer, da rutscht man weg. Und das kostet natürlich Zeit. Und so wird auch Peter Roth bis ins Ziel weiter verlieren. Leider, muss man sagen. 2,83. Aber damit ist er zufrieden. Und damit kann er auch zufrieden sein. Er ist zweitbester Deutscher. Frank Wörndl. Damit auf Rang 17 zurückgefallen und Peter Roth auf dem 15. Platz zufrieden. Aber leider, wie gesagt, verlieren alle Läufer im unteren Streckenabschnitt jetzt, da die Piste nicht mehr optimal hält. Der Talena, Matteo, Belfron. Und 15. im Moment, also wie gesagt, Peter Roth mit 1,19, 79. Und wenn er 15. bleiben könnte, wäre das nicht nur ein sehr großer Erfolg, sondern auch ein riesen Vorteil bei dem zweiten Durchgang. Denn dann darf er im zweiten Durchgang als Erster auf die Piste gehen. Und das ist bei den heutigen Schneeverhältnissen sicher ein Vorteil. Martin Knörri als 15. bester bei der Zwischenzeit hatte kurz danach Probleme. Aber das dürfte nicht zu viel Zeit gekostet haben. Also jetzt ist der 15. Platz im Moment von Peter Roth in Gefahr. 1,19, 79. Jetzt wieder Jubel hier bei den Zuschauern. Peter Roths Zeit 1,19, 79 schafft er nicht. Ja, da ist dem Peter Roth auch im unteren Streckenabschnitt. Wenn man immer die Verhältnisse berücksichtigt, ein guter Lauf gelungen. Sie sehen hier noch einmal die Wiederholung. Ja, da war er auch zwei, dreimal etwas spät dran und da kommt man einfach nicht mehr in den Rhythmus. Aber Konrad Walk aus Österreich ist der Nächste, der jetzt den 15. Rang von Peter Roth gefährden kann. Etwas unorthodoxer Stil in der Österreicher hier fährt. Erinnert mich etwas fast an die Vreni Schneider. Die fährt auch immer so geduckt mit den Armen arbeiten. Gut gekämpft und trotzdem keine gute Zeit für den Österreicher. Peter Roth weiter auf Rang 15. Felix McGrath, ein weiterer ganz interessanter Mann, der allerdings heute im oberen Streckenabschnitt schon so viel Zeit eingebüßt hat, die er unten, und das haben wir gesehen, halt nicht mehr aufholen kann. Während Felix McGrath fährt, noch ein Blick aufs Klassement. Es führt also, und daran wird sich nichts mehr ändern, Alberto Tomba. Mit einem Riesenvorsprung von 85 Hundertstel vor Hubert Strolz und Pirmin Surbricken, der zeitgleich mit dem Österreicher Meier ist. Der beste Deutsche, Maikus Wasmeier auf Rang 8, erfreulich Frank Wörndler auf Rang 15. Das lässt für den zweiten Durchgang natürlich alles offen und viel Spannung erwarten. Die Bundesrepublik Deutschland ist bereits unterwegs. Es startet dann mit der Nummer 36, Kim Ries, Kanada. Also es startet noch mit der Nummer 46, Kim Ries, Kanada. Sepp Schick ist der nächste Deutsche, aber nur 27, der Lange hier bei der Zwischenzeit. Er ist ja eigentlich im Slalom lieber zu Hause, aber auch da hat er in diesem Winter noch keine guten Ergebnisse zeigen können. Auf Rang 15 selbstverständlich Peter Roth und nicht Frank Wörndler. Aber dieser Platz ist im Moment nicht in Gefahr durch Sepp Schick, der sich hier herunterkämpft. Aber eine indiskutable Zeit für Sepp Schick. Tim Reed, Bruder des berühmten Abfahrers Ken Reed aus Kanada. Aber in den technischen Disziplinen, da haben die Kanadier noch einen sehr, sehr großen Rückstand. Es hat einfach keine Tradition in Kanada, Slalom und Riesensalom fahren. Und die Kinder und die Jungen, die wollen alle Abfahrer werden. Kein Wunder bei den großartigen Vorbildern, die die hatten. Und darum wirkt er sich da auch runter, der Jim Reed. Jawohl, das wird die Deutschen freuen. Denn Michael Eder und Josef Schick sind jetzt nicht mehr letzter Jim Reed. Ist im Moment auf den letzten Platz gefahren. Aber es ist schon eher so, dass es wie Galgenhumor, muss man sagen. Denn es ist einfach ein Trauerspiel, dass zwei der ganz großen und starken Fahrer aus dem Deutschen Skiverband, nämlich Hans Stuffer und Michael Eder, im Moment überhaupt nicht auf die Beine kommen. Giglio Tomasi. Hopp, da ist er draus. Tomasi ausgeschieden. Im Moment der zweite oder beziehungsweise dritte Ausfall. Rücklage, da kommt er nicht mehr nach vorne, kann das nächste Tor nicht erwischen. Nächste Deutsche kommt mit Startnummer 44, das ist Peter Namberger, aber zuerst Frank Piccard. Hopp, da fährt er mit einer Halskrause, mit einer Unfreiwilligen, der Frank Piccard. Jetzt ist er halb blind, ist ja unglaublich, er wischt trotzdem noch die Tore. Das war ein bisschen zu viel für ihn. Da muss er selber lachen im Ziel, wenn er herunterschaut. Auch den Schwung etwas spät angesetzt. Es ist überhaupt bewundernswert, dass er da überhaupt weiterfährt. Der Schweizer Akkola. Aber auch jetzt der Rückstand schon sehr, sehr groß. Das lässt einfach ganz klar die Vermutung zu, dass jetzt die Piste im oberen Streckenabschnitt überhaupt nicht mehr hält. Kein einziger konnte jetzt mehr von den letzten Läufern überhaupt so annähernd an die besten 20 heranfahren. Und das wird auch Paul Akkola nicht gelingen. Und es sieht so aus, als würde Peter Roth seinen 15. Rang halten können. Was nicht nur, wie gesagt, erfreulich für ihn ist, sondern was ihm die gute Ausgangsposition für den zweiten Durchgang eröffnet. Da er dort mit der Startnummer 1 als erster ins Rennen gehen wird. Und im Moment führt als Alberto Tomba nach dem ersten Durchgang, mit fast einer Sekunde vor Hubert Strolz und Firmin Zurbrücken, zeitgleich mit dem Österreicher Helmut Mayer. Und wenn das Rennen natürlich zugunsten von Alberto Tomba steht im Moment, so gibt es zumindest dann um die weiteren Plätze doch einen harten Kampf, in den auch Markus Wasmeier als Achter noch eingreifen kann. Roth dann 15. Frank Wörndl 17. Es wird also spannend werden für den zweiten Durchgang. Dieser zweite Durchgang, meine Damen und Herren, ist angesetzt gegen 13.15 Uhr, also in etwa 12 Minuten. Bis dahin wollen wir Ihnen ein bisschen Entspannung bieten, ohne Kommentar, damit Sie auch wirklich tun können, was Sie wollen. Nur unterlegt mit Bildern, wunderschöne Bilder vom Trick-Ski, geschnitten, gedreht von Günther Baumhauer. Ja, so waren die Tage im Trick-Ski-Camp auf dem Schnallsteil Dätscher einfach wohltuend aufregend. Fassen wir noch einmal zusammen. Freestyle, Trick-Ski fahren. Das ist Ballett, Springen und Buckelpiste fahren. Ich habe gesehen, die Sonne schreit in Paradies. Ich habe da, ich habe es gesehen. Das ist Ballett, Springen und Buckelpiste fahren. We have time in my dreams Time and space Wow, we have time in my dreams Wow, we have time in my dreams was wir in dieser Sendung noch alles machen wollen. Also, jetzt kommt direkt der zweite Durchgang, etwa in ein paar Minuten, vom Weltcup-Riesenslalom der Herren in Saas-Fee. Dann haben wir vorbereitet zwei Zusammenfassungen vom Tennis in Melbourne, Einzel der Damen, und zwar die Partien Steffi Graf gegen Hanna Mandlikofer, etwa in einer Länge von 18 Minuten, und dann Ausschnitte von dem Spiel Claudia Kode-Kilsch gegen Anne Minter, ungefähr 35 Minuten, diese beiden Spiele haben wir ja heute Morgen seit 9.30 Uhr direkt übertragen. Wir haben natürlich auch noch aufgezeichnet während der Nacht das Spiel von Claudia Porwick gegen Chris Evert, gegen die Nummer 3 der Weltrangliste, und die 19-jährige Claudia hat ja bisher in Melbourne noch keinen einzigen Satz verloren, und es ist ein großer persönlicher und auch sportlicher Erfolg für sie, dass sie die Runde der letzten 8 erreicht hat. Wir werden sehen, ob es ihr gelingt, gegen Chris Evert sogar eine Runde weiterzukommen und das Semifinale zu erreichen. Also diese drei Sachen erwarten Sie noch, neben der Live-Übertragung aus Saas-Fee. Dazu rufe ich jetzt, da wir hier offensichtlich nicht weitermachen können mit dem Trick-Ski, rufe ich Uli Köhler an der Piste in Saas-Fee. Guten Tag liebe Zuschauer, ich begrüße Sie jetzt live zum zweiten unentscheidenden Durchgang im Weltcup-Riesenslalom von Saas-Fee. Es hat im ersten Durchgang, Sie haben die Übertragung ja wahrscheinlich gesehen, viele, viele Probleme hier oben mit der Piste gegeben. Hier sehen Sie noch einmal den Siegeslauf von Alberto Tomba, beziehungsweise den Lauf, den Alberto Tomba des Italieners, der ihn in Führung gebracht hat. Und zwar gleich mit einem gewaltigen Vorsprung, fast eine Sekunde lag er im Ziel in Führung. Der Italiener, in diesem Winter der überragende Skifahrer in den technischen Disziplinen, er hat bereits sieben Siege hinter sich, vier im Sex-Siege hinter sich, vier im Slalom und zwei im Riesenslalom. Und der Mann ist so siegessicher, dass wenn nichts Größeres passiert, und das ist eigentlich nicht zu erwarten, er aus heute nicht zu schlagen sein wird, denn sein Vorsturm, wie gesagt, fast eine Sekunde im Ziel. Es gab große Probleme mit der Strecke deshalb, da dieses Rennen ja verlegt worden ist nach Saas-Fee, sehr kurzfristig, und die Organisatoren hier nicht die ganze Strecke preparieren konnten. Das ist der zweite nach dem Durchgang gewesen, Hubert Strolz. Dann Pirmin Zurbricken liegt auf Rang 3 nach dem ersten Durchgang, und zwar zeitgleich mit diesem Mann Helmut Mayer aus Österreich. Fünfter Marc Schirardelli, der Luxemburger, und sechster ein weiterer Österreicher, nämlich Günther Marder. Sie werden fragen, wo sind die besten Deutschen? Michael Schwarzmeier auf Rang Nummer 8. Ingemar Stenmark wurde, wie ich bereits angedeutet habe, im ersten Durchgang disqualifiziert. Deshalb ist Peter Roth 14. und Frank Wörndl 16. Die drei Läufer des Deutschen Skiverbandes haben sich für das Finale der besten 30 qualifiziert, das um 13.15 Uhr hier gestartet werden soll. Und vor allem Frank Wörndl hat es böse erwischt, denn er hatte die beste Startnummer am ersten Durchgang, das war die Startnummer 1. Bei dieser Piste, die von Läufer zu Läufer schlechter wurde, war dies sicher ein Vorteil, doch er hatte Pech. Nämlich im zweiten Tor lag ein riesengroßer Stein, dort hat er sich die Kante von vorn bis hinten aufgerissen, die wurde stumpf gemacht, und als er dann oben aus dem weichen Teil, der nicht so gut präpariert werden konnte, weil einfach die Zeit so knappe hier für die Organisatoren herauskam, und in den unteren Bereich, wo gestern bereits der Damenslalom gestartet worden ist und der knüppelhart präpariert worden ist, als er da hineinkam, hatte er einfach große Probleme, den Ski zu halten. Hier sehen Sie Frank Picard, eine ganz lustige Geschichte ist, da passiert im ersten Durchgang, erst hat er hier die Halskrause, so eine Fahne um den Hals, dann versucht er es wegzutun, und fährt praktisch im Blickflug weiter, aber es ist ihm nichts passiert, er ist nicht gestürzt, allerdings hat er sich nach diesem Missgeschick natürlich auch nicht qualifizieren können für den zweiten Durchgang. Ja, Frank Wörndl, also wie gesagt, ein großer Stein, sein Ski war kaputt, er konnte sich im Steilhang auf dem Eis kaum mehr halten, und als er im Ziel war, war er natürlich stocksauer, denn er ist derzeit in hervorragender Form, mit Abstand der beste Riesenslalomfahrer im Deutschen Skiverband, auch schneller als Michael Schwarzmeier, das haben die Trainingsläufe einfach gezeigt, und er hat sich viel vorgenommen, jetzt für den zweiten Durchgang, aber ich habe seinen Ski gesehen, der ist total aufgerissen gewesen, überhaupt ist es vielen hier so gegangen, nach dem ersten Durchgang, das war eine reine Materialschlacht da im Ziel, da hat man einen ganzen Haufen voll völlig kaputter aufgerissene Ski gesehen unten, weil einfach oben Steine drin lagen. Nach der Startnummer 3, also schon nach drei Läufern, weil es war dem nachfolgenden Martin Hangel nicht besser gegangen, war dann das Rennen unterbrochen im ersten Durchgang, und man hat den großen Stein im Tor Nummer 2 entfernt herausgebuddelt, das war Pech für Frank Wörndl, vielleicht ein bisschen Glück für die anderen, aber es kamen weitere Steine heraus, und es war ein reines Roulette-Spiel, wie er da einfach keinen Stein erwischt hat, im ersten Durchgang. Der deutsche Trainer Rainer Gattermann war dermaßen erbost, dass er sogar gesagt hatte, man hätte hier eigentlich gar nicht starten dürfen, man hätte sich solidarisch zeigen müssen, es hat sich angedeutet vor dem ersten Durchgang, das Rennen wurde um 15 Minuten verschoben, weil die Läufer einfach nicht einverstanden waren, mit der Präparierung der Piste, das hat es selten gegeben, in einem Riesensladen, es musste noch umgesteckt werden, aber wie gesagt, gleiche Verhältnisse waren kaum zu schaffen. Für den zweiten Durchgang, also wie gesagt, hat sich Frank Wörndl eine ganze Menge vorgenommen, aber sicher auch Markus Wasmeier, der ebenfalls nicht ungeschoren im ersten Durchgang heruntergekommen ist, auch er hat einen kleinen Stein erwischt, und man darf gespannt sein, wie es jetzt im zweiten ausgeht. Es ist ja, sieht man einmal von der überragenden Bestzeit von Alberto Tomba ab, noch alles drinnen. Markus Wasmeier, der Achtbeste des ersten Durchgangs, liegt etwas über eine halbe Sekunde hinter dem zweiten, hinter Hubert Strolz, und so ist für den zweiten Durchgang durchaus noch für Spannung gesorgt, und Frank Wörndl, der als Sechzehnter hier ins Rennen gehen wird, auch er hat sich, wie gesagt, vorgenommen, sich noch weiter nach vorne zu platzieren. Er war in den bisherigen drei Riesenslalons jedes Mal unter den besten Zehen. Und so eben höre ich, dass es erneut große Probleme mit der Piste gibt. Man arbeitet oben im Steillagen, wie verrückt das ist. Auch dort schauen schon wieder große Steine heraus, und die müssen jetzt entfernt werden. Das Problem ist nur, man will dann die Stellen vereisen, und es ist mir ein Rätsel, wenn man das vereisen will, denn es ist hier einfach zu warm, als dass das alles noch gefrieren kann. Und da wird es auch jetzt eine weitere Verzögerung geben. Leider, liebe Zuschauer, muss ich Ihnen das mitteilen, auch mir wäre es lieber, wenn das jetzt mal gleich losgehen würde, aber es sieht einfach nicht danach aus. In diesem Winter hat der Alpine Skiweltcup sowieso einfach groß zu kämpfen. Dabei hat alles so gut begonnen, als Ende November viel Schnee lag in den Bergen, und es einen Auftrag gab, wie man ihn im Skiweltcup schon lange nicht mehr erlebt hatte. Jedes Rennen war ein toller Erfolg. Überall gab es Schnee, die Winterlandschaft, alle hat es gefreut, doch dann der Wärmeeinbruch im Dezember, der den Schnee richtig wegschmelzen, weglaufen ließ, und im Januar hat noch kein einziges Weltcup-Ski-Rennen an dem Ort stattgefunden, an dem es eigentlich geplant war. Leidtragend darunter auch vor allem die deutschen Veranstalter. Kein einziges Weltcup-Ski-Rennen wird in diesem Winter in Deutschland stattfinden. gestern hier erlebte Sars-Fee die Weltcup-Premiere überhaupt mit einem Slalom der Damen. Das war der Slalom, der eigentlich am Sonntag hätte in Lenggries gestartet werden sollen, aber Lenggries in der Nähe von München, da sind die Hänge grün. Hier ein Blick auf das Zielstadion hier in Sars-Fee, das man in aller Eile aufgestellt hat. Genau vor einer Woche haben die Organisatoren in Sars-Fee erst erfahren, dass sie hier zwei Rennen ausrichten dürfen, denn immer noch ist es ja so, dass die Orte natürlich die Werbung, die mit ihrem Namen dann verbunden ist, sehr gerne hier in Kauf nehmen. Man reißt sich darum, Weltcup-Ort zu werden und hier im Wallis, das ist so das einzige Gebiet im Moment in Europa, wo einigermaßen wenigstens der Schnee liegt. Auch in Frankreich sieht es nicht schlecht aus. Dort, wo es kalt geworden ist, wie auch in Schlattming, so sagt man, seien im Moment bessere Skiverhältnisse und Schneeverhältnisse. Aber im Moment sind die Organisatoren der FIS des Internationalen Skiverbandes einfach auf der Suche nach dem Schnee. Und im Wallis wird auch deshalb am nächsten Wochenende ein Abfahrtslauf und ein Super-Riesenslauf um der Herren stattfinden in Leukerbad. Das war heuer bereits Weltcup-Ort bei den Damen. Denn in Wengen bei der Trapitz beim traditionellen Lauberhorn da gibt es auch nicht genügend Schnee und darum wurde dieses Rennen verlegt. Pirmin-Zurbriken hier natürlich der große Lokalmatador Saas-Almangel das ist hier gleich um die Ecke nur ein paar Kilometer und da sind einige Frenklubs hier heraufgekommen natürlich heute um ihren Pirmin zu sehen. Hier die Torrichter mit Rechen Abschnitt sie versuchen natürlich da unten wiederum wo die Eisplatten herausschauen im unteren Streckenabschnitt die Piste etwas aufzurauen damit die Ski besser greifen können aber das ist alles nicht so wie man sich das vorstellt keine idealen Bedingungen wie gesagt die Organisatoren können sicher nichts dafür her es geht halt einfach im Moment nichts besser also wir hören gerade über den Kopfhörer dass der Start auf unbestimmte Zeit verschoben worden ist und zwar wegen des Windes dies wiederum kann ich mir nicht vorstellen der Wind hat nämlich schon im ersten Durchgang hier als Ausrede herhalten müssen dafür dass die Piste im oberen Streckenteil einfach nicht in der richtigen Verfassung war es hat zwar sehr gewindet hier zwischen den beiden Durchgängern es war ein richtiger Sturm ist aufgekommen aber im Moment schaue ich hier heraus auf die Fahnen die hängen ziemlich schlapp hier herunter so eine kleine Brise geht hier und ich kann mir nicht vorstellen dass da oben ein sehr viel stärkerer Wind geht allerdings bin ich sicher dass natürlich jetzt hier die Jury tagt und einige Trainer ganz und gar nicht froh sind darüber dass das hier so ein Roulette ein Glücksspiel wird wer hier herunterkommt wer erwischt einen Stein der hat keine Chance im unteren Streckenabschnitt und wer das Glück hat in den oberen Toren nicht über einen Stein zu fahren der kann dann auch gute Zeiten erzielen das ist natürlich eine Situation die niemandem so richtig recht ist da oben sieht man es da bläst etwas Wind aber beim Riesenslalom macht das eigentlich nicht so viel aus dass das gar eine Startverschiebung nach sich ziehen könnte hier sehen hier sehen Sie den Schweizer Trainer im grünen Anzug Jacques Raymond er ist auch der langjährige Freund schon von Erika Hess die heute auch hier heraufgekommen ist Jacques Raymond verantwortlich für die Techniker bei den Schweizern und vorne ganz links haben Sie auch noch Peter Endras gesehen mit dem Rücken der jetzt die Schweden trainiert der Trainer aus Hindelang im Allgäu ich darf Ihnen vielleicht noch etwas über Alberto Tomber erzählen den großen Star im diesjährigen Winter der Italiener der in den letzten Jahren zwar schon immer gesagt hat ich gewinne sehr selbstbewusst aber gewonnen hat er nie und in diesem Winter da fährt er von Sieg zu Sieg er ist ein Millionärssohn aus Bologna also hier ein Flachländer aber seine Eltern die haben auch noch ein Haus in Cortina Tampezzo er wohnt in einer schlossähnlichen Villa in den Weinbergen genauer gesagt in San Lazzaro di Savina bei Bologna und er ist ein Kraftpaket bei 1,85 Größe wiegt er 88 Kilogramm und das obwohl ihn ein italienischer Professor nämlich der Professor Conconi sein Leibarzt und er ist auch der Leibarzt von Francesco Moser ihn dazu gezwungen hat dass er 6 Kilo abnehmen muss also mit 6 Kilo abgenommen wiegt er 88 Kilo bei 1,85 und der Mann ist austrainiert das kann man immer wieder sehen und er beherrscht ganz klar alle technischen Disziplinen und er wird auch wenn nichts schief geht heute wieder diesen Riesenslalom gewinnen ja liebe Zuschauer und jetzt soll es losgehen ich höre den Platzlautsprecher er sagt das Rennen beginnt hoffentlich ist es auch so jetzt kommen natürlich erst noch einige Vorläuferinnen hier herunter Erika Hess ist die erste Vorläuferin die hier herunterkommt unter dem Jubel der Zuschauer 3.000 bis 4.000 haben den Weg hierher nach Saas-Vee geschafft das liegt ja auf 1800 Meter ziemlich hoch oben überhaupt die Strecke heute am Limit die Höhendifferenz von 400 Meter das ist das Maximum das erlaubt ist das Ziel auf 1800 Meter hier wie gesagt in Saas-Vee ein wunderschöner Skiort richtig gemütlich ist hier lauter Holzhäuser kein einziges Auto die müssen vor den Toren parken es ist eine autofreie Stadt hier und wenn jetzt die Bedingungen für dieses Rennen die Pistenverhältnisse noch etwas besser werden dann wird dem Superrennen überhaupt nicht mehr entgegenstehen ja riesen Jubel hier für Erika S die große Skifahrerin der Schweiz die zum ersten Mal in diesem Winter ja nicht mehr im Weltcup Zirkus dabei ist und sie hierher gekommen ist natürlich um noch einmal für die Zuschauer was zu tun was zu zeigen sie ist ja zurückgetreten nach der letzten Weltmeisterschaft den Krammantala noch ein Wort vielleicht zur Olympia-Qualifikation der deutschen Mannschaft es ist dabei noch alles offen man weiß noch gar nicht wie man noch mitnimmt nach Calgary die Normen sind zwar zum Großteil erfüllt worden einige Läufer haben es nicht geschafft von denen man geglaubt hat dass sie diesen Winter ganz groß raus kommen werden und die heute zum Teil ihre letzte Chance oder fast ihre letzte Chance gehabt haben das ist nun einmal Michael Ida und Hans Stuffer zwei Spezialisten im Riesensladung die im ersten Durchgang sehr schwach gefahren sind ebenso wie Hans Stuffer das habe ich schon gesagt und die sind alle rausgefallen und jetzt mittlerweile ist das Rennen eröffnet ich sehe es hier an der Anzeigetafel also wie gesagt diese Deutschen nicht mehr dabei haben auch nicht gute Aussichten nach Calgary zu fahren Wörndl Wasmeier die sind natürlich fest und Bernhard Strein der erste Läufer der 15 Platzierte des ersten Durchgangs ist auf der Piste Sie wissen ja in umgekehrter Reihenfolge der besten 15 wird hier der zweite und entscheidende Durchgang gefahren so bleibt es spannend zumindest bis zum 15 wenn dann Alberto Tomba kommt das ist die erste Richtzeit gesetzt von Bernhard Strein der zweite Lauf von dem Italiener Beto Beto Zobanna gesetzt sieht etwas runde aus als der erste des Österreichers Hans Pum die man ja auch noch geändert hat dann auf den Grund des Prozesses der Läufer hin im ersten Durchgang 1,17,29 1,17,29 total 2,39 voll und als nächster schon Peter Roth der 14 Platzierte des ersten Durchgangs eine durchaus freudige Überraschung für die Trainer und natürlich auch für Sie liebe Zuschauer zu Hause und für uns hier denn Peter Roth das ist ein Mann der eigentlich mehr kann ein Allrounder bei dem man manchmal etwas mit anschieben will etwas Temperament könnte er oft gebrauchen aber heute ist er sehr gut gefahren vor allem wenn man bedenkt dass er mit der Startnummer 30 keine optimalen Bedingungen mehr vorgefunden hat 35 100 hat er da auf Gstrein verloren und hoffentlich hat er da oben keinen Stein erwischt sodass er da unten die Linie einigermaßen halten kann schauen wir uns das mal an naja das hat er nicht optimal erwischt er bringt es nicht ganz so rund hin er muss oft nachdrücken beim Radius ein 1771 damit hat er seinem Platz gegenüber Gstrein vorher hat er mal nicht halten können und er ist auch nicht zufrieden wenn ich hier rausschaue aus der Kabine Christian Guedet ist der nächste Mann der beste Franzose die Franzosen ja im Aufwind bei den Damen wie bei den Herren in allen Disziplinen jahrelang waren sie ja hinterher gefahren und Gedees in Form da unten heißt schnell zu wechseln da ist es doch relativ eng gesteckt der im letzten steilen Stück bevor es hier in den etwas flacheren Schlusshang geht und er hält seinen Vorsprung von der Zwischenzeit bis ins Ziel Spitzenreiter der Franzose im Moment Christian Guedet von Bernhard Gstrein und Peter Roth der Zwölfplatzierte des ersten Durchgangs Thomas Tschitschmann geht jetzt auf die Piste er hat einen Vorsprung aus dem ersten Durchgang auf den im Moment führenden Christian Guedet von sechs hundertstel Sekunden das ist nicht viel da hat er seinen Vorsprung eingebüßt liegt jetzt sechshundertstel hinter Gede zurück da steht auch ein bisschen querrutscht ich wage zu bezweifeln dass er das schafft zweiter im Moment hinter Gede ein ganz interessanter Mann kommt jetzt nämlich Ivano Camozzi Ivano Camozzi jetzt der Italiener der in hervorragender bestechender Form ist auf der Piste aber er drückt dann bei der Zwischenzeit der Italiener von ihnen hat man noch geglaubt dass er sich vielleicht noch weiter nach vorne schieben kann das kann zwar noch passieren aber rein von der Zwischenzeit gesehen sieht es nicht so aus aber wie gesagt heute ist das Skifahren hier ein Roulette Spiel es kommt ganz darauf an wie man den oberen den weicheren Streckenabschnitt erwischt und Sie sehen es auch hier Camozzi hat Probleme die Linie zu halten rutscht weg und so kann es durchaus sein dass auch er oben bereits einen kleinen Stein erwischt hat und wenn die Kanten hier nicht mehr stark und hart gefeilt sind dann hat man kaum eine Chance ganz nach vorne zu fahren Camozzi trotz seines Vorsprungs aus dem ersten Durchgang im Moment nur auf Rang 2 hinter Christian Gede Rudolf Nierlich ist der nächste Mann der Österreicher er hat auf den führenden auf Christian Gede im Moment einen Vorsprung von rund dreizehntelsekunden die sind weg bei der Zwischenzeit bereits da hat er einen weiten Weg gefahren da kommt er auf gar keinen Fall an die Führenden heran ja der rutscht weg kann die Linie überhaupt nicht halten der Rudi Nierlich er weiß dass das nichts war Peter Roth im Moment noch auf Rang 5 Rudi Nierlich ist hinter ihn zurückgefallen aber jetzt wird es natürlich ganz spannend die Zuschauer die Zuschauer feuern ihren Mann an nämlich Joel Gaspo Joel Gaspo in diesem Jahr im Riesenslalom immer ganz vorne mit dabei war zweimal bereits dritter in diesem Winter aber er kommt nicht zur Zwischenzeit es sieht so aus als wäre er ausgeschieden wir haben es nicht gesehen der obere Streckenteil ist ja leider nicht im Bild Joel Gaspo aus dem Rennen der erste Fahrer jetzt gibt es zweiten Durchgang der ausgestiegen ist das ist der Stand im Moment ja liebe Zuschauer jetzt wird es interessant die besten acht gehen auf die Strecke und auf Rang 8 nach dem ersten Durchgang Markus Wasmeier der Schlierseher jetzt im Aufwind vor allem nach seinem Sieg im Superriesenslalom von Waldiseer er ist in der Abfahrt auch wieder besser geworden und auch heute früh beim ersten Durchgang da war er sehr sehr gut in Form war zufrieden obwohl er nicht alles optimal erwischt hat zwischenzeit hat er schon 73 hundertstel verloren das ist schade das ist schade er hat sich viel vorgenommen damit liegt er in der Zeit etwas besser als Peter Roth und da ist er raus so gut wie raus na er hat das Tor noch genommen aber Sie haben es gesehen er hat den Schwung zu spät angesetzt war zu weit hinten ist nicht nach vorne gekommen ein schwerer Schnitzer von Markus Wasmeier leider muss man sagen er kann sich damit auf keinen Fall verbessern im Moment auf Rang 4 ja er weiß es ja er hat selbst mitgekriegt so ein Fehler darf man sich nicht leisten in der Weltklasse damit Markus Wasmeier weiter zurückgefallen hier sehen wir es noch einmal diesen Fehler da unten Heinz Mohr mit Wasmeier und Sie haben es vielleicht gehört was Markus Wasmeier nach oben gefunkt hat da steht ja noch Frank Wörndl der 16. Beste des ersten Durchgangs es geht gut zu fahren hat er gesagt aber beim Damenstart da muss man aufpassen das ist die Stelle wo man vom Weichen aufs Eis kommt und auch Martin Hangel schon bereits mit großem Rückstand und das lässt jetzt doch wieder die Vermutung zu dass die Läufer einfach mit den höheren Startnummern und die die jetzt erst ins Rennen gehen einen Nachteil haben aber wie war das wirklich es wird sich dann zeigen spätestens bei Alberto Tomba der Moment so gut in Form ist das ist ja eigentlich völlig egal ist was er für Piste hat manchmal hat man das Gefühl da könnte er auf Gras auch runterfahren und der wäre immer noch der Schnellste aber jetzt erst Martin Hangel und auch Martin Hangel schafft es nicht er schafft nicht einmal Markus Wasmeier zu verdrängen und das ist schade denn für den Fehler von Wasmeier vor allem schade denn sie haben gesehen wenn Hangel jetzt nicht mal herankommt es ist nicht so einfach jetzt noch sehr sehr gut zu fahren und Markus Wasmeier liegt immer noch auf Rang Nummer 4 es führt aber immer noch Christian Guedet vor Camotti und Chitschmann und jetzt kommt Günter Mada Günter Mada aus Österreich jetzt auf der Piste er war nach dem ersten Durchgang Sechster er hat einen Vorsprung auf Christian Guedet von acht Zehntel Sekunden das heißt er hat noch drei Zehntel ungefähr gut und um in Führung zu gehen nehmt die Stelle an der Wasmeier große Probleme hat sehr gut der Günter Mada 1.18.22 muss er fahren um in Führung zu gehen und das dürfte er leicht schaffen jawohl Günter Mada in Führung es führt also Günter Mada in Führung immer noch die beste Laufzeit im zweiten Durchgang hat Christian Guedet mit 1.16.22 aber jetzt kommt Marc Girardelli Marc Girardelli der sich in den technischen Disziplinen verbessert hat wieder es war ja lange Zeit seine große Stärke bei der Zwischenzeit allerdings schon fast eine Sekunde Rückstand und auch da ist er einen ziemlich weiten Weg gefahren ist sehr spät dran bei den Toren und wenn man da einmal aus dem Rhythmus ist ist es ganz schwierig wieder herein zu kommen und jetzt bin ich gespannt ob er da unten noch etwas forcieren kann das sieht sehr ruppig aus was der Marc Girardelli da macht 1.17.10 muss er fahren um die Spitze zu schaffen das schafft er nicht zweiter Rang es führt also im Moment Marder vor Girardelli und Christian Gede mit der 14 da sehen Sie gerade Joel Gaspo wie er hier den Hang herunter geschwungen ist er ist ja ganz oben bereits nach dem Start ausgestiegen er macht kein glückliches Gesicht Helmut Mayer der nächste Läufer aus Österreich einer der ganz großen Favoriten drittplatzierter nach dem ersten Durchgang zeitgleich mit Pirmin Zürbring der nach ihm kommen wird Helmut Mayer deshalb auch einer der Favoriten denn er hat bereits ein Rennen gewonnen nämlich den letzten Riesenslalom fünfte zwischenzeit beste zwischenzeit im Moment immer noch von Christian Gede Meyers Vorsprung auf Günter Marder sechstehntel Sekunden es ist schwierig es ist für alle Läufer schwierig Sie sehen das bei Mayer hier einen optimalen Lauf hinzusetzen die Piste ist doch sehr sehr ramponiert und er schafft es nicht er schafft es nicht Günter Marder zu überholen aber zwei Österreicher beziehungsweise fast drei Österreicher jetzt in Führung Marder vor Mayer und Marc Girardelli der ja für Luxemburg startet Luxemburger ist obwohl er in Lustenau in Österreich lebt aber jetzt natürlich hier großer Jubel im Ziel und Riesenstimmung bei den Zuschauern die rund drei viertausend Zuschauer hier warten natürlich auf Pirmin zu bringen auf ihren Mann den Lokal Matadoren und der wird sich sicher ganz besonders anstrengen damit er hier vor eigenem Publikum praktisch vor seiner Haustüre gut fahren wird aber bei der Zwischenzeit hat er doch einen gewaltigen Rückstand jetzt darf ein Ziel nicht mehr verlieren auf Christian Guedet dann kann er es noch schaffen in Führung wie gesagt Günter Marder im Moment auch da kommt er nicht optimal durch die Tore aber das hat vor ihm auch noch keiner geschafft also das soll nicht zu viel bedeuten aber da ist er zeitlich weggerutscht und ich wage zu bezweifeln dass er da noch eine Bestzeit schafft nein das geht sich nicht aus man hat es gesehen auch er ist weggerutscht in den letzten Toren und im Moment auf Rang 3 zwei Österreicher weiter in Führung Günter Marder bei Helmut Meier und jetzt kommen nur noch zwei Läufer liebe Zuschauer und jetzt wird es ganz ganz spannend das ist Pirmin Zurbecken und jetzt kommt erst noch Hubert Strolz bevor hier Alberto Tomba herunter kommt Hubert Strolz der Mann der so etwas wie der ewige zweite ist das gleiche etwa wie Brigitte Oertli die auch ewig zweite war bis sie gestern ihren ersten Weltcup sieg nach sechs Jahren im Weltcup feiern konnte vielleicht gelingt das auch Hubert Strolz hier es sieht nicht so aus der ewige zweite Hubert Strolz sieben mal war er schon zweiter noch nie hat ein Rennen gewonnen und was Brigitte Oertli gestern im Slalom geschafft hat das wird dem österreicher hier nicht gelingen nämlich sein erstes Weltcup rennen zu gewinnen 1 17 54 das scheint eine fabel Zeit für Strolz zu sein das schafft er nie und nimmer fällt auf Rang 4 zurück damit in Führung Marder Meier dritter Zurbriken und jetzt wird es ernst ja Strolz im Ziel auf Rang 4 wieder ein toller österreicher Erfolg das kann man sicher schon sagen denn im Moment drei Österreicher bei den ersten vier nur Zurbriken ist dazwischen auf Rang 3 im Moment aber jetzt wird es ganz ganz ernst denn jetzt kommt Alberto Tomba der überragende Star im diesjährigen Winter 85 Hundertstel Vorsprung hat er auf den zweiten gehabt auf Alberto Tomba und auf den im Moment führenden Günter Marder hat er weit über eine Sekunde Vorsprung gehabt jetzt bin ich gespannt er fährt ja immer voll 1900 das langt ihm locker wenn er dann nicht viel verliert unten Alberto Tomba 1 85 groß 88 kilo schwer und schauen sie wie er seine Kraft auf die Kanten übertragen kann der rutscht nicht ja das ist überhaupt keine Frage so wie der hier herunter fährt wenn er jetzt die letzten Tore noch einigermaßen gut nimmt dann wird er überlegener Sieger hier in Tars V jawohl dann gleich fast zwei Sekunden Vorsprung Alberto Tomba der Superstar des Skizirkus in diesem Winter der Millionärsohn aus Polonia gewinnt sein siebtes Weltcup Rennen einmal ist er ausgeschieden dem